Und herzlich willkommen zurück zu Chromagun. Moment. Gleich am Anfang mal einen Hustenanfall, das nenne ich professionell. Das lasse ich jetzt einfach drin. Also herzlich willkommen zu Chromagun. Ich bin gerade dabei, mal wieder seit langem Videos hochzuladen. Dieses Live-Let's-Play aus dem Stream und die erste Folge, die ich gerade aufgenommen habe. Darum hoffe ich auch mal, dass die CPU-Auslastung gerade mitmacht. Sieht aber so aus. Die CPU-Auslastung mitmacht. Ja. So. 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 Hä? Ne, aber das hier ist doch auch... What? Ich verstehe es echt nicht. Die Hauptsache es geht die Tür auf. Der Rest ist mir egal. Hallo. Ich danke, dass du mir die Tür aufmachst. War wahrscheinlich auch anders gedacht, als ich es gemacht habe, aber... Es hat funktioniert, also. Von daher... Du bist kein Aggro, oder? Ne. Da mache ich einfach so. Und du bist gelb und musst hier hin. So, dann brauche ich da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand, da eine Wand... muss dann immer die Wand, die nicht mehr gebraucht ist, anschließen. Perfekt. Bei mir ruckelt es gerade ein bisschen. Liegt wahrscheinlich am Upload. So, hier brauche ich nur hier. Das ist ja noch einigermaßen einfach, denke ich. Oh, okay, das hat schon gereicht. Wo muss ich ihn hin? Ich denke mal, dass ich das selbe Prinzip hier wieder anwenden muss. Ich mag keine Kameras. Hier ist schon wieder so ein kaputter Raum. Ich will ja rein. Na, ihr könnt nicht hier den Spieler teasern und dann macht ihr nix. Also, ich habe einmal rot und einmal blau. Das heißt, ich kann alles einmal mischen. Ich mache einfach mal ein gelbe. Danke. Genau das wollte ich. So, und dich mache ich jetzt mal zu... Mache ich dich zu... Dich mache ich zu orange. Dann mache ich dich zu grün. Dann mache ich dich zu lila. Und dann ist hier noch mehr kaputt. Und schon sind weitere sieben Minuten vorbei. Also, auf dem hier bekomme ich was. Auf dem hier bekomme ich was. Und ich glaube, die da drin sind, welche die aggressiv werden. Das sieht zumindest so aus. Das ist aber auch einer, der aggressiv wird, oder? Der da wird auch aggressiv. Also, denke ich mal, die würden mich verfolgen, wenn ich sie anschießen würde. Und ich muss auch auf die Farben achten. Wenn ich den mit rot mische, habe ich orange. Wenn ich den hier mit rot mische, habe ich den. Oder wenn ich ihn mit... ...gelb mische, habe ich den. Und ich weiß nicht, ist der rot oder ist der schon orange? Das muss ich jetzt nur mal herausfinden. Ich schieße ihn einfach mal da hin. Bist du rot? Ja, ich glaube, du bist rot. Dann geh mal da hin, rot. Dann brauche ich da gelb. Und das Hubkonzert draußen kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Dann mache ich dich lila. Dann kommst du hier rüber. Dann mache ich dich grün. Dann kommst du hier rüber. Dann mache ich dich orange. Dann kommst du hier rüber. Dann mache ich dich lila. Und du kannst ihn um den einen da mit dem einen im Platz streiten. Juhu! Ich fand das Spiel tatsächlich schon vom ersten Moment an ganz interessant. Und du willst da drauf, habe ich gehört. Hi. Ähm, ha-ha-ha-hi. Hi. Wo, 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 wo willst du denn hin? Willst du da hin? Oh shit. Oh shit. Nein. Lass mich doch. Ich will doch nur mal eben, so. Also ich brauche den gelben von, den roten von da hinten und den blauen von hier. Dann mache ich den orange. Ich glaube, ich habe verkackt, oder? Oder ne, ich muss davon einfach einen blau beschießen. Wenn wir nicht mit Geld abgeschossen werden, dann treffe ich die Eins, ach, ich bin schon auf der Eins. Dann mache ich so und so. Und dann mache ich das da weg. Werd getroffen, weil ich die W-Taste nicht treffe. Und kann durch. Natürlich trete ich auf die tödliche elektrische Wartungskachel. Natürlich trete ich auf die tödliche elektrische Wartungskacheln. Genau. Oder ich mache einfach so. Sensationell. Obwohl dir befohlen wurde, deinem sicheren Tod entgegen zu gehen, bist du ruhig geblieben und hast dank schlüssigem Urteilsvermögen die Situation ausgewertet und eine praktikable Lösung gefunden. Da sind Glückwünsche angebracht. Glückwunsch. Das ist auch das einzige offizielle Archivment, was mir noch fehlt. 100 von diesen Viechern zu töten. Geh weg. Ich habe mal Angst in den Ladebildschirmen. Das ist auch dann, wenn ich keine Rückmeldung habe. Oh, dieser Raum ist das. Zack. 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 Ich weiß nicht, ob das tatsächlich nur am Upload liegt oder ob mein PC allgemein... Wie kommt die Maus da oben hin? Ich hätte gerade fast Chromagun geschlossen. Oh, nur fast. Hey. 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 Oh. Es tut mir jetzt aber leid. Hallo. 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 Da hin. Schießen. Danke. Ach, den anderen Bauern hier auch noch. Ich habe es doch schon verkackt. Ich sehe es doch schon. Zack. Hey. Blau, geh mal da hin. Schießen. Schießen. Danke. Und jetzt kommt ich auch weiter. Ach, hier sind wieder die freundlichen, tödlichen Hochstromfelder. Brauche ich irgendeine spezielle Farbe? Ich glaube nicht, oder? Zack. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ich habe den Fehler gefunden. Da schieb... Ich wollte... Ich wollte doch nur... So, da hin, und dann da hin. Dann rennt der da rein. Und so. Willst du dich doch hier reinlaufen, irgendwie? Nein. Schade. Wir schaffen das heute noch. Jetzt aber. Danke. Und ihr hier? Ach, die Felder kamen jetzt schon vor. Wusste ich gar nicht. Ich habe das ohne diese Felder gelöst. Geht, denke ich, auch schneller. Also dieser Map-Übergang, ne? Der läuft echt flüssig. Ich muss hier drüben den hier anlocken. Okay. Ich muss hier drüben den hier anlocken. Und dann mache ich... Neee. Dann mache ich hier nochmal... Nen, die Lannen. Mach das Ding hier dann weg. Stell mich hier hin. Und lasse ihn da rein. Ach, ich mag es, wenn Dinge funktionieren. Na ihr. Oh, wo ist... Die haben sich da reingesch... Die haben sich da reingeschoben. Ähm, ähm... Herzlichen Glückwunsch. Du hast die versteckte... Was ist das? Ein Kuchen? Du hast den versteckten Kuchen gefunden. Sensationell. Wer zum Teufel hat einen Kuchen in den Testräumen stehen lassen? Hier bin ich auch einmal nur durch Flüchten reingerannt. Ich wüsste sonst gar nicht, dass der hier überhaupt existiert. Komm zu. Dich baue ich doch bestimmt eh noch. Sei doch. Da. Wenn er mal schießen würde. Hallo. Spiel. Schießen. Danke. Was liegt gerade irgendwie... Keine Ahnung. Und was im nächsten Part... Was im nächsten Raum passiert, sehen wir im nächsten Part. Wir könnten aber auch erfahren, was im nächsten Part passiert. Wenn wir in den nächsten Raum gehen. Ach. Jetzt habe ich selbst... Jetzt habe ich selbst das verstanden. Ich... 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 Ich bin einfach raus. Okay? Das wird dir sonst viel zu peinlich. Ciao.